Hier, das ist immer noch die Geilste. Tschüss. Tschüss. Wie Greiler Tschüss. Das ist wieder Greiler, ey. Ja, tschüss. Ich geh jetzt Mittagessen. Achso, bis nachher. Danke. You got it. User disconnected from me to me. Warum geht... Was dies? Das ist so ein Spaß, einfach nur. Ach, komm, da bin ich jetzt sogar nicht da. Geht man da jetzt offline? Also jetzt ein TS offline, nur wenn man jetzt einmal mitreißen geht. Das ist halt gerade, ne? Da kannst du nichts machen. Ja, ich bin aber gerade in der Flugschule. Und ich muss ja auch noch das Rennen des Matches machen. Jetzt mach ich das gleich mit Rennons. Dann mach erstmal ne Mission. Okay, dann mach ich erstmal ne Mission alleine. Ja. Dann mach ich erstmal ne Mission alleine. Ja. Dann mach ich erstmal ne Option. Mach ich klar. Das war so genau. Das war so. Das war so. Das war so. Da verspreiselt. Ich hab' da drin. Das ist ja drin. Ich hab' da drin. Nein, ich bin so ein Faggotmann, ich habe es nicht geschafft. Scheiße. Komm, jump. Ich bin so ein Faggotmann, ich bin so ein Faggotmann. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mit dem Fallschirm verfolgen, weißt du, wo du dann mit dem Fallschirm da runterspringen musst? Äh, Fallschirmspringen? Ja. Mit dem Fallschirm verfolgen, weißt du, wo du so runterspringen kannst? Ja, was ist daran so schwer? Da bin ich mehr erster geworden, als wir da mal zu acht gespielt haben oder so. Weil ich da perfekt landet bin, auch. Vergeil. Das war auch geringer zu mir. Wenn du das nicht mehr so gut bist, dann bin ich. Wenn du das nicht mehr so gut bist, dann bin ich. Das war's für heute. Ach ja, halt's Maul. Ein Bestand, das heißt, die Tagesmissionen... ...wieder ein Stück näher dran, nee. Weißt du, wie viel du dafür kriegst? 25.000. Für die Tagesmissionen hast. Ja. 25.000. Ich glaube, wenn du das einen Monat lang jeden Tag machst, dann kriegst du eine Million. Das weiß ich nicht. Ruhig einfach spawne, Mann. Ich werde einfach aufs Haus hier gesetzt. Ey, wir kommen jetzt hier wieder runter. Ja, ja, und jetzt was ich auch nicht dabei. Ey. Weißt du, ich werde bei dieser Flugschule einfach auf das Haus oben drauf gesetzt. Spawnt jetzt hier. Die haben sich hier heute hier überlegt, überlegt. Kein Ding ist dabei, oder? Nein. Dabei. ... ... ... ... Ich habe einen Weg geholfen. So Weißt du was, du kannst doch nicht mal mehr unter schneller Job dieses Auto-Death-Match machen. Ich muss das über dieses... ...übersuchen und dann... Schon wieder so ein Kacke, ne? Wollen wir das nochmal versuchen? Ja, warte gleich mal los. Alter, das ist... ...einfach... ...so... ...mies gemacht mit diesem... ...mit diesem scheiß... ...Wasser. Was ist denn mit dem Baddach? Mit dem Baddach? Mit dem Baddach? Hallo Pegasus Lifestyle Management, wie kann ich dir helfen? Hm, das bist du auf. Ha, auf. So, wie du wieder rauskommst. Das, hm, dass er noch seine... ...Meter-Kreise zieht, wenn er... ...wenn er aus dem Wasser läuft. Dieser Monster-Stunt einfach beim... ...Airfield, ne? Wenn du beim Airfield da drauf springst, das ist einfach so behindert. Du kannst den nicht... ...richtig machen. Du kannst... Ja, aber dann... ...jedes Mal, wenn du versuchst, den richtig zu machen, musst du mindestens von rechts nach links dann springen. Aber musst du ja vorher wissen. Du kommst immer dann so ganz knapp an die Wand da noch so dran. Ach, Quatsch. Was? Ich bin da gerade noch mal im Fluss. Was ich denn eigentlich eigentlich nicht mehr bräuchte, aber... ...Fuck off. Kehrt mich einfach nicht. ...und hoch damit. ...und hoch damit. Die Kilometer brauchen wir dann. ...und hoch damit. ...und hoch damit. ...und hoch damit. ...Ja. Der wird oder weg Connor geg elden. U Sus、 über dich Beaun. ...und hoch damit. ...und hoch damit. ...und hoch damit. A Senhor... ...und hoch damit ver costume local. ich habe ja eine wenn ich da das können die wirtschaften doch, komm Leute, man kann echt den ey, du weißt doch noch mal die Strömungen, die wir mit dem diesen MeV-Booten gefahren sind die wir runtergefahren sind ja, ja die kann man auch komplett wieder hochfahren ja, aber nicht mit Boot doch hey, wie das denn? das geht ich bin grad die ganze Zeit hochgefahren aber wie willst du denn da den Wasserfall hochkommen? da ist links daneben noch so eine Strömung die geht so ein bisschen flacher ok da kann man dann durchfahren komm mal rein ich bin noch nicht fertig was, bist du noch nicht fertig? mit der Mission? ja ich bin in einer Minute fertig dann mal zackig, ne ja meiner erkennt ich keinen Kompromiss was einer ist schon drinnen Junge müssen wir mindestens zwei drinnen sein hä? müssen hier mindestens ah, gar nicht zwei drinnen sein ja ja, aber wenn jetzt schon einer drinnen ist du kommst mal rein, es sind schon drei also dann siehens schon oh fuck das ist auch ein richtiger Gangsterboyboy ach so äh ja siehste, jetzt bist du nicht gekommen ins Verdeste wieder so 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 jetzt ist wieder einer drinnen Junge jetzt mal ganz schnell ja der ist Toast ich hab gedacht ich muss nur noch das Boot abliefern aber ich muss grad noch ich muss grad noch ich muss grad noch ein paar Last ausschalten hi schreib ich jetzt guck mal dann bleibt er bestimmt drinnen Alter zum Glück sind diese meisten ah das war's glaub ich jetzt war ganz schnell so das lief ja gleich wieder hm hm oh 19.000 für so eine Mission ist doch geil was was ist denn diese Zahl immer bei dem Clan gibt's nen Clan Dämpel oder was? ja weiß aber nicht was die bringen soll Junge jetzt sind schon zwei drinnen ne ja ich eile mehr einer auf dem Controller ah juckt mich nicht komm hop hop muss nochmal Hearthstone spielen hä muss nochmal Hearthstone spielen ich ich ja ich hab die Mission auch immer noch nicht ne fertig ja hast du wohl nicht mehr Freunde doch aber ja jetzt sind schon vier drinnen Junge mal ja warte doch Gott ich bin grad im elensigen Land jetzt sind fünf so jetzt so jetzt war der ich bin ich hab keine Mission hab mich hab mich ein hä what hab mich ein hast du ein ja hab ich jetzt nein was jetzt ist die Lobby voll da musst du da musst du einen rauswerfen wie mach ich das ähm innen vorbeigetretener Spieler dann auf einen gehen und dann auf Spieler rauswerfen hä warte mal also ich hab auf jeden Fall schon mal hingekriegt die Zeit zu verlängern Einstellung so innen vorbeigetretener Spieler dann auf einen Spieler gehen den losten hier den da ja dann auf spiel rauswerfen wo steht denn das steht doch nirgendwo auf ihn drücken ach hier rauswerfen du bitch jetzt komm rein ja hab ich ne Einladung ja nein die hab sie grad gelöscht Junge jetzt lieven die hier alle wieder dann lau mich dann rein ey ey die sind alle am lieben jetzt jetzt sind wir nur noch zu zweit hier das ist ein Schatz wie oft soll ich die hier jetzt noch einladen oooohh ey alle sind wir am lieb ich glaube nicht die Lobby war gar voll eh hhhhhh 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 ahhh das geht uns einfach nicht LOL was ist? Kettenspur im Sand das ist ein Riedepanzer echt cool warte das ist jetzt ist jetzt wie immer Wurf an Yo, jetzt kommt noch Juni rein jetzt geht's ab der tritt noch bei aber bis gleich es ist doch überhaupt kein Rock ey, meine Fresse jetzt ist wieder voll jetzt ist wieder voll da stehen kann vier bei mir treten treten bei und die treten nicht bei also bei mir ist hier voll ja nein, 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 einer ist auf dem Abruf so jetzt geht's los Können wir noch mal reden? kann ich nicht kann ich nicht du kannst starten äh bin ich dabei hallo 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 das war dort komm ich jetzt auf mich selber erstmal mindestens hundert hier ich kann auf mich nicht setzen Kapitulation da halte ich nichts auf wohnen bitten der Meinung ist das ich bin der Meinung ist vertlag aber was ich bin der Meinung ist wird wahrscheinlich jetzt lecken bei mir weil LL8 Panserauf und nehmen 6 Panserauf und einander schießen das kann das nicht werden wieso ich ich schieße nur ich bin nur ein bisschen hier beim Aufnehmen jetzt bei dir grad ich glaube es macht grad bei mir was ja aber also ich bin grad bei mir auf meinem charakter und er wird immer unter hellem kauf ja das wird bei mir auch grade ok wäre jetzt lustig wenn jetzt genau das Spiel bei uns beiden abstützen würde da los äh ich dreh durch amana mit dir passiert aber jetzt auch gerade nichts ne ne sonst hätte ich sonst hätte ich schon in der Sonne mit dem Warten oder was aber ich bin für Wort okay Trinkmann der Zettel Trinkflug noch nicht wach ich meine Handyhülle sauber macht es eigentlich Sinn in der Handyhülle mit Wasser durchzuspielen ja das macht Sinn solltest du es nur wieder trocken machen danach ja ist logisch ich bin gleich wieder da mach mal wet das Ding Sonny Kuren Junge die sind alle am lieben was jetzt geht's los jetzt geht's los hahaha oh mein Gott das lag daran glaube ich weil Joni einfach so lange lehrt bei ihm sichtbar sichtbar äh färbt die Führung die Führung sondern wir über fliegen die Weißt du, das lag glaube ich daran, weil Yoni, weil ihm immer so lange lädt, könnte ich zumindest mal wetten. Ja, sehr gut, dass ich einfach mal nicht Panzer fahren kann. Ich tick fest. Soll ich dich killen? Lass dich immer hin. Geht das Haus. Geh ich die Klingel fest, fuck geil. So, Alter, es ist einfach... Oh, Alter, ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Ich dachte, du musst hier irgendwie noch einen Recoil oder sowas machen. Aber gar nicht. Du bist im Recall. Ja, da hat er mich wieder ausradiert. Ich werde in meiner First Person gespawren. Voll nervig. Nein, ich sterbe! Nein! Aus Carlos! Aus Carlos! Wir sind jetzt hier zu dritten, obwohl man das eingenommen wird. Vor allem waren wir nicht gerade sechs. Ja, wir waren sechs und es sind zwei gegangen. Verstehe ich auch nicht. Eigentlich sind ja nur zwei gegangen. Wieso sind jetzt nur noch drei da? Kapitulation unterhalte ich mich da vorne. E... Hä? Hä?! Kommt der nicht so weit oder was ist Fäger? Die Geschütze kommen nicht so weit, brauchst du gar nicht versuchen, testen wir nicht. Er hat selbst einen Rückgang, ich hab mich selbst gut entschossen. Ey, hallo! Also die Panzersteuerung ist ja nicht so landbar. Ja, weil wie schnell sie auf die Tür drehen sind, geil. Ja, ne? Er griff mich nicht! Ja! Ja! Ich dachte, das wird unten links als Anzeiger angezeigt, das wird ja gar nicht angezeigt, ne? Nein! Du Arsch! Was? Ach so, ne, ich hab ihn gefühlt. Nein! Der Scherz ist so toll, ich kann mir den nicht fahren. Ich bin der stärkste Spieler. Zieht es einfach nur in die Mitte oder was? Du, äh, wirklich das Treffen ist so toll. Ja. Ja, also ich weiß auch nicht genau, wo der Trick ist. Also wenn das so wie ein World of Tanks wäre, dann müsstest du zwischen, äh... Entweder du müsstest jetzt zwischen die... Zwischen den... Der Turm... Der kann immer durch Sachen schießen, aber ich kann's nicht. Ey, das ist so buggy. Oh mein Gott, das ist eigentlich so buggy mit dem rumfahren. Und... Meiner macht ab und zu mal so ein Backflip, ne? Aus Carlos hat's ja so begangen! Nein! Warum? Wisst ihr, ich bekomm gar keinen... Ich bekomm gar keinen Punkt, weil... Weil ich... Ja, aus Carlos, der sich selber umgebracht hat. Was? Scheiße. Wer hat denn jetzt aus Carlos? Zu viele Punkte. Zu viele Punkte. Wahnsinniger. Wahnsinniger Key. Ich krieg dich. Jaaaa! Nein, ich mach mal seine... Hab ich dich grad fast umgekickt. Richtig. Oh... Ey, ich fahr immer vor die scheiß Laternen der Vor... Vor die waren die Vorfahndern. Vorfahndern. Weißt du, so ne scheiß Holz Laternen, die kannst du nicht umbelangt, ne? Also ich hab nicht grad... Ich hab nicht grad... Ich hab nicht grad... Ich hab nicht grad... Ich hab grad eine Drehung gemacht, einfach. Die sind einfach... Kann... Kann... Kann er sich grad schrönt machen. Ey, Mann, ich brauch doch nur noch drei Kills. Und der holt übelst auf. Wo denn der auf? Wie viel? Wie viel? Wie viel? Wie viel hat denn der? Ja, sechs jetzt schon. Ich hab sie. Boah, ich sterb mittlerweile. Alter, guck mal, der kann einfach mal durch. Wieso nicht? Ich kann's nicht. Was ist denn da? Ich hab die Führung abgegeben. Ach, da steht er wieder, ne? Mach ich kann das alle. Mach ich kann das alle. Mach ich kann das alle. Und sterben, das Kind. Ja, jetzt bitte doch, Wollt! Loll! Kommt ja eigentlich noch irgendwer durch. Wie, das du mich gekillt hast und nicht dieser Los Carlos. Der Los Carlos. Hauptsache, Hauptsache, der kann mich bitte durch die Panzer treffen und nicht... Was ist das hier? Fick dich! Ich zume mal hin. Jetzt hat Los Carlos mich gekillt. Der hat... Junge, lass dich nicht sterben jetzt hier. Nicht abseilen jetzt hier. Ich muss nur noch einen kill machen. Sonst hat der nachher gewonnen. Ja! Du hast nur noch so wenig Leben. Du bist dritter. Bei mir hat der ja schon gepiept und so. Beende das mit mit mehr Kills als Toten. Du hattest praktisch überhaupt kein Leben mehr. Warte mal, was? Habe ich das hier jetzt erfüllt oder nicht erfüllt? Jetzt bekomme ich noch 4.000. Guck mal. Oh, Carlos hat jetzt gerage-coded. Ne, der hat auch wieder auf weiter. Achso, ja, okay, ja. Ja, aber wieso... Ja, wie... Ja, ne, ne, ne. Das geht automatisch, glaube ich. Wenn du auf... Wenn du auf weiter drückst... Und die anderen sind jetzt nicht... Kleiner Abstauber, wenn es zwei sich streiten war. Was? Bei mir hat gerade jemand reingeschrieben, Kleiner Abstauber, wenn es zwei sich streiten war. So, ich habe hier alle Ziele abgeschlossen, ey. Also 25.000? 3.000 RP? Ich muss jetzt nur noch ein spontanes Rennen mit dir machen. Und du musst mich gewinnen lassen. Dann ist für mich auch alles erfüllt. Also schnapp dir mein Auto und lass mich mal gewinnen. Auf dich wurde ein Kopfgeld ausgesetzt von 1.000. Ja, auf dich auch. Ich auch? Ja, auf mich auch. Wo steht denn dort? Lad mich an. Ja, warte. Da musst du noch neben... Ja, auf mich wird dann draußen. Ich muss erst mal neben mich kommen. Hä? Ich muss erst mal neben mich kommen. Ey, was musst du denn machen? Spontanrennen. Spontanrennen. Oder warte, Tagesziele? Ich muss noch an deinem Spontanrennen bei... bei wohnen. Wo fährst du hin, Mann? Fass mal weg von mir. Ich bin hier auf den Keks. Und da ein Rennen und ein Capture Kampf. Da willst du dich verarschen! Ey! Jetzt hab ich extra einen Punkt auf der Karte gemacht, wo du stehst, ne? Dann fährst du ja auch hier weg. Geiler. Fiesig. So. Spontanes Rennen. Ziel. Nicht so bald. Ja, warte. Ähm. Spontanes Rennen. So. D klingt doch sofort so. Äh. Wir spielen neu. Musst du noch nehmen? 50 Dollar? Also dafür lasse ich die nicht gewinnen. Ich finde zu viel Geld. Ich werde Ritsch. Guck mal, ich bin so schnell! Ich schieb dich an. Weißt du? Hier geht wieder gar nichts ab. Die Musine gewinnt wir da. Ah! Ach, fast. Ey, weißt du was? Da stehen die scheiß Passanten die ganze Zeit. Und wenn du dich auf 10 Meter näherst, fahren die auf einmal los wie die Bekloppten und fahren in dich rein und alles, ne? Die sind manchmal so tart hier in diesem Spiel. Der Fall, weißt du? Ich hab noch nie... Ich hab noch... Ich hab bis jetzt einmal in meinem Leben so einen gepanzerten Transporter gesehen, weißt du? Ähm. Ähm. Also, du kannst ja irgendwie nur 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 die gepanzerten Transporter auf... aufknallen. Und dann bekommst du das Geld da drin. Und... Und... Und ich sehe einen, Turben greift ihn an. Und was macht Turben? Äh... Ich muss schon noch an einem Capture Kampf teilnehmen. Capture Kampf? Ja. So... Jobs... Jobs spielen... Ahhhh... Ahhhh... Matriz... Terra... Oh, Junge... Tausendliches Kopfgeld geholt. Mensch, bist du ein großer. Wasser. Okay. Bist du doch so bist du... Kann ich nur noch so ein bisschen kommen, ne? Und äh... In diesem schönen Sonnenschein, würde ich sagen, kann ich mal das Video hier bewenden, ne?